Ich heiße nochmal alle ganz herzlich willkommen zum heutigen Livestream mit dem Thema Buße – Notwendig für das ewige Leben? Land auf, land ab, in Freikirchen wie auch in Staatskirchen, ja weltweit, wird in der evangelistischen Verkündigung die Buße zur zwingenden Voraussetzung für das ewige Leben gemacht. Ist das aber biblisch haltbar oder gar ein falsches Evangelium? Diese Frage werden wir im heutigen Livestream beantworten. Die Einleitung habe ich in vier Gliederungspunkte unterteilt. Wir werden zuerst einige allgemeine Fragen zur Buße stellen, um uns diesem Thema anzunähern. Anschließend schauen wir uns die vier am weitesten verbreiteten Lehren über Buße an. Danach untersuchen wir die Buße im Alten und im Neuen Testament. Und abschließend schauen wir uns die Bibelferse im Neuen Testament über Buße an, die häufig herangezogen werden, um scheinbar zu begründen, dass Buße notwendig sei, um ewiges Leben zu bekommen. Da kommen wir zu Punkt 1, Fragen zur Buße. Erstens. Was bedeutet Buße? Wie ist Buße definiert? Das ist die wichtigste, ganz grundlegende Frage. Zweitens. Wer soll Buße tun? Gläubige, Nichtgläubige, das Volk Israel oder alle Menschen? Wer soll Buße tun? Drittens. Was bewirkt Buße? Wozu sollen wir Buße tun? Was ist das Ziel der Buße? Viertens. Ist Buße notwendig, um ewiges Leben zu bekommen? Das ist die ganz entscheidende Frage in diesem Livestream. Und fünftens. Erfordert eine gute Beziehung zu Gott, dass ich regelmäßig Buße tue? Brauche ich Buße für geistliches Wachstum? Damit kommen wir zu Punkt 2, zu den vier am weitesten verbreiteten Lehren über die Buße. Erstens. Die Buße ist zwingend notwendig, um ewiges Leben zu bekommen. Ohne Buße geht's nicht. Zweitens. Die Buße ist notwendig für die Heiligung, um ewiges Leben nicht zu verlieren, sagen die Vertreter der Lehre, dass Kinder Gottes ihre Errettung wieder verlieren können. Und eng damit verbunden. Die Buße ist notwendig für die Heiligung, um zu beweisen, dass ich ewiges Leben habe, sagen Vertreter der kalvinistischen Erwählungslehre, die ihre Erwählung an Buße bzw. an guten Werken festmachen. Drittens. Buße ist die Änderung des Sinnes über Jesus Christus. Das heißt, ich denke nun anders über ihn, wer er ist und was er getan hat. Und viertens. Buße ist die Abkehr bzw. die Umkehr von sündigen Wegen. Das heißt, ein Dieb stiehlt nicht mehr und ein Alkoholiker trinkt nicht mehr. Damit kommen wir zur Buße im Alten Testament. Das Wort Buße kommt in der Schlachterübersetzung im Alten Testament nur ein einziges Mal vor, nämlich in Hiob 42, Vers 6. Dort spricht Hiob. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Es kommt noch mal vor in 2. Könige 23, Vers 33. Dort wird das hebräische Wort Onesh mit Geldbuße übersetzt, also eine Strafzahlung. In der Elberfelderübersetzung kommt das Wort Buße im Alten Testament dreimal vor, nämlich in 2. Könige 23, Vers 33, 2. Chronik 36 und Esra 7. Dort wird das hebräische Wort Onesh jeweils mit Buße übersetzt, nicht mit Geldbuße wie in der Schlachterübersetzung. Jedoch, das Wort Umkehr, hebräisch Schuf, kommt über 1000 Mal im Alten Testament vor, meist im Kontext von Umkehr von bösen Wegen bzw. bösen Verhaltensweisen. Ein Beispiel hierfür sind die Bewohner von Niniveh. Die Umkehr der Bewohner von Niniveh wird vom alttestamentlichen Propheten Jonah beschrieben. Und wir lesen jetzt aus Jonah 3, Abvers 4. Und Jonah fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Niniveh wird zerstört. Und die Leute von Niniveh glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom größten bis zum kleinsten unter ihnen. Das heißt, sie taten Buße. Und diese Buße wird dann ab Vers 8 beschrieben. Dort sagt der König von Niniveh, Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sollen umkehrend jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden und es sich geräuen lassen. Und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Er könnte ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Macht deutlich, dass es hier um die Zerstörung der Stadt Niniveh und um das körperliche Überleben der Menschen geht. Nicht um die ewige Strafe im Feuersee. Buße rettet nicht vor der ewigen Strafe, sondern vor dem irdischen Gericht Gottes. In Sachsen, meinem Bundesland, gibt es heute noch den Buß- und Betttag, an dem das Volk zur Umkehr und zum Gebet zu Gott aufgerufen wird. Genau wie hier die Bewohner von Niniveh. Es geht hier also um eine kollektive Handlung, nicht um die Errettung des Einzelnen. Vers 10 Hier wird deutlich, dass die Bewohner von Niniveh aktive Anstrengungen unternahmen, also Werketaten, und auf diese Weise vor dem irdischen Gericht Gottes verschont wurden. Hier steht aber nicht, dass alle Bewohner von Niniveh in den Himmel kamen. Jesus Christus nimmt in Matthäus 12, Vers 41 darauf Bezug und sagt, Die Männer von Niniveh werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht, also gegen die Generation, die zu seiner Zeit lebte, und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Jona. Auf implizite Art und Weise definiert Jesus Christus hier also Buße tun als die aktive Handlung des sich Abwendens von Sünde. Jona gab Niniveh 40 Tage Zeit, um Buße zu tun und um vor dem Untergang verschont zu werden. Und die Bewohner von Niniveh taten Buße und wurden verschont vor dem Untergang. Jesus Christus gab dem Volk Israel 40 Jahre Zeit, um Buße zu tun und um ebenfalls vor dem irdischen Untergang bewahrt zu werden. Anders als die Bewohner von Niniveh tat das Volk Israel mehrheitlich jedoch nicht Buße. Und deswegen wurde Jerusalem im Jahr 70 nach Christus zerstört und das Volk Israel in die weltweite Zerstreuung geschickt. Ein weiteres Buch, das häufig herangezogen wird, um zu begründen, dass Buße scheinbar nötig sei, um ewiges Leben zu bekommen, ist das Buch Hesekiel. Und insbesondere folgende Verse werden dafür verwendet. Hesekiel 3, Vers 19 Hesekiel 33, Vers 11 Hesekiel 18, Vers 23 Hier ist der irdische nicht der ewige Tod im Blick. Das ist ganz häufig der Fall im Alten Testament, zum Beispiel in den Segen- und Fluchkapiteln in 3. Mose 26 und 5. Mose 28. Genau wie in diesen Kapiteln geht es hier ebenfalls um irdischen Segen und irdischen Fluch und nicht um ewigen Segen bzw. ewigen Fluch. Hesekiel Kapitel 18 wird nirgends im Neuen Testament zitiert, weder von Jesus Christus noch von den Aposteln. Und dieses Kapitel wäre mit Sicherheit zitiert worden, wenn sie Buße als Voraussetzung für das ewige Leben gelehrt hätten. Das taten sie aber nicht. Es gibt im Alten Testament nur ganz wenige Stellen, die so verstanden werden könnten, als dass Buße notwendig sei, um ewiges Leben zu bekommen oder äquivalent ins messianische Friedensreich zu kommen, ein neues Herz zu bekommen oder bei der Auferstehung der Gerechten dabei zu sein. Der Grund dafür ist, dass trotz vieler hebräischer Wörter für Errettung oder Erlösung sie nur sehr selten für die ewige Errettung verwendet werden. Stattdessen werden sie viel häufiger für die Errettung im irdischen Leben verwendet, zum Beispiel für die Errettung vor Feinden, vor dem körperlichen Tod oder vor Unglück. Damit kommen wir nun zur Buße im Neuen Testament. Das Substantiv Buße heißt auf Rischisch metanoia und kommt 22 Mal vor in 22 Bibelfersen. Das Verb Buße tun, metanoia, das kommt 34 Mal vor in 32 Bibelfersen. Es bedeutet dabei niemals die Änderung des Sinnes oder eine Meinungsänderung oder ein Umdenken über Jesus Christus, wer er ist und was er getan hat. Sondern es ist immer eine eigene Leistung, eine eigene Anstrengung, eine eigene Bemühung, sich von Sünde abzukehren. Es ist also ein Werk. Zusätzlich gibt es die Strephowerben. Diese werden in der Septuaginta typischerweise verwendet, um das alttestamentliche Wort Shuv, hebräisch Shuv, für Umkehr zu übersetzen. Im Neuen Testament kommt das Wort Epistrepho 17 Mal vor und wird im Deutschen typischerweise übersetzt mit sich bekehren, umkehren oder zurückkehren. Und neunmal kommt das Wort Apostrepho vor, das heißt so viel wie sich abwenden bzw. abkehren. Des Weiteren gibt es das Verb bereuen, metamelomai. Das kommt sechsmal vor in fünf verschiedenen Bibelfersen im Neuen Testament. Es ist aber nicht gleichzusetzen mit Buße, denn auch Judas bereute, metamelomai, in Matthäus 27, Vers 3, tat aber keine Buße. Metanoero. Im Neuen Testament ergehen Aufrufe zur Buße an das Volk Israel, an nichtgläubige Menschen sowie auch an gläubige Menschen. All die Bibelstellen hier werden wir uns dann auch gleich anschauen. Fazit. Buße ist die Umkehr von sündigen Wegen. Das wird im Neuen Testament ganz deutlich. Zum Beispiel spricht Petrus zu Simon dem Magier, der gläubig war, in Apostelgeschichte 8, Vers 22. So tu nun Buße über diese deine Bosheit. Jesus Christus spricht über Isabel im Sendschreiben an die Gemeinde in Theatürer in Offenbarung 2, Vers 21. Ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Und dann in Offenbarung 9, Vers 21 und Offenbarung 16, Vers 11 werden die Menschen in der siebenjährigen Trübsaiszeit beschrieben. Und dort heißt es, sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Es kommt vor, dass Buße nicht näher erläutert wird. Dann ist der Kontext hilfreich. Zum Beispiel in Matthäus 3, Vers 2 und Matthäus 4, Vers 17 heißt es, Da ist jetzt nicht ganz klar, was das jetzt konkret bedeutet, Buße tun, aber das wird im Kontext deutlich. Zum Beispiel in Vers 3, da heißt es dann, und mach seine Pfade eben. Hier wird also deutlich, dass das Volk Israel sein Leben in Ordnung bringen sollte. Und dann auch in Vers 6 heißt es, dass sie ihre Sünden bekannten. Beispiel 2, in Matthäus 11, Vers 20 schallt Jesus Korazin und Bethsaida, weil sie nicht Buße getan hatten. Da weiß man auf den ersten Blick auch nicht genau, was das bedeutet. Das wird aber im folgenden Vers deutlich, denn er sagt, dass Tyrus und Sidon längst in Sack und Asche Buße getan hätten. Sack und Asche ist ein alttestamentlicher Ausdruck für Umkehr von sündigen Wegen. Wie wir das gerade im Buch Jonah, beziehungsweise auch in Matthäus 12, Vers 41 gesehen. Da wird es also deutlich, dass die Buße eine Abkehr von Sünde ist. Das zeigt, Buße tun ist ein aktives sich abwenden, umkehren von Sünde. Es ist eine eigene Anstrengung. Es ist also ein Werk. Wir können uns nicht unsere Buße rühmen. Des Weiteren wird Buße im Neuen Testament nicht erwähnt im Johannes-Evangelium. Und das Johannes-Evangelium ist das einzige evangelistische Evangelium oder konkret evangelistische Evangelium, was explizit an nichtgläubige Menschen geschrieben worden ist, damit sie es lesen und zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das wird deutlich in Johannes 20, Vers 31. Da heißt es, diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, das sind Evangelien, die an Menschen geschrieben sind, die bereits gläubig waren, um sie in der Nachfolge zu stärken. Ein Beispiel hierfür ist Theophilus. Des Weiteren im Galaterbrief, der die Verteidigung des Evangeliums ist, kommt das Wort Buße null mal vor. Auch im Jerusalemer Konzil in Apostelgeschichte 15, wo die rettende Botschaft korrigiert wurde, weil es einige gab, die sagten, man müsse sich beschneiden lassen, sonst könne ein Mensch nicht errettet werden. Auch dort kommt das Wort Buße null mal vor. Auffällig ist weiterhin, dass Paulus Buße so gut wie nicht erwähnt. In seinen 13 Briefen, wir gehen gleich näher darauf ein, erwähnt Paulus das Wort Buße fünfmal. Fünfmal in 13 Briefen. Das ist sehr, sehr wenig. Das kommt fast nicht vor. Und das sollte uns zum Nachdenken anregen. Das Fazit, das Verb Buße tun, metanoeo, beziehungsweise das Substantiv Buße, metanoia, bedeutet ein aktives Sich-Abwenden, eine aktive Umkehr von Sünden. Buße ist ein Werk, denn es ist eine eigene Leistung, eine eigene Anstrengung, eine eigene Bemühung. Das ewige Leben bekommen wir aber aus Gnade durch den Glauben ohne Werke geschenkt. Ich lese nochmal Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Es ist ein Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmet. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Damit kommen wir jetzt zum vierten Punkt, zum vierten und letzten Punkt. Und zwar zu den Bibelfersen im Neuen Testament, die häufig herangezogen werden, um scheinbar zu begründen, dass Buße notwendig sei, um ewiges Leben zu bekommen. Wir beginnen mit Markus 1, Vers 15. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Meine Erfahrung ist, dass diese Stelle am häufigsten verwendet wird. Ich lese ab Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dieser Satz wird so häufig in der evangelistischen Verkündigung verwendet. Wenn wir uns diese Stelle aber genauer anschauen, dann werden wir feststellen, dass das Evangelium vom Reich Gottes in Vers 15, was er hier ernennt, das Evangelium vom Reich Gottes, das ist das Evangelium, an das sie glauben sollen, das ist nicht dasselbe wie das Evangelium in 1. Korinther 15, Vers 3 und 4, wo steht, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben und drei Tage später wieder auferstanden ist nach den Schriften. Denn Jesus lehrte zu Beginn seines öffentlichen Auftretens noch nicht über seinen Tod und seine Auferstehung. Das tat er erst später. Hier bietet Jesus dieser Generation der Juden, also die Generation, die zu seiner Zeit lebte, das messianische Friedensreich an, also das Reich Gottes. Das heißt, er bietet ihnen die Erfüllung der herrlichen, alttestamentlichen Zukunftsverheißung für das Volk Israel an. Wie das zum Beispiel beschrieben steht in Daniel 7, Vers 22. Dort heißt es, Bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Das bot er ihnen an, das Reich in Besitz zu nehmen. Damit das messianische Friedensreich kommen kann, musste das Volk Israel zwei Bedingungen erfüllen. Zuerst musste es eine nationale Buße tun, genau wie die Einwohner von Nineveh das taten, und zwar jeder Einzelne bis zum letzten Mann. Und zweitens, es musste einen nationalen Glauben an die Botschaft vom Reich Gottes und an seinen Messias-König Jesus Christus geben. Fazit, hier geht es um die nationale Befreiung, nicht um die geistliche Wiedergeburt des Einzelnen. Damit kommen wir zu Matthäus 3, Vers 2 und Matthäus 4, Vers 17. Dort heißt es, Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. In Matthäus 3, Vers 2 sagt das Johannes, der Täufer, und in Matthäus 4, Vers 17 sagt das Jesus Christus selbst. Johannes, der Täufer, war ein Wegbereiter für Jesus Christus. Er sollte dem Volk den Weg ebnen, um den Messias anzunehmen. Auffällig ist, dass bei Johannes dem Täufer diese Aussage eine Warnung ist, denn in Vers 10 von Matthäus 3 heißt es dann, Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das heißt, wenn das Volk Israel nicht Buße tut, dann, weil es bereits gerichtstreif ist, würde es dann wie ein Baum gefällt werden und gerichtet werden. Und das geschah dann 40 Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, bei der Zerstörung von Jerusalem, weil das Volk Israel mehrheitlich nicht Buße tat. Bei Jesus Christus wird es jedoch als eine frohe Botschaft bezeichnet. Dort heißt es in Matthäus 4, Vers 15 und 16, Das Land Sebulon und das Land Naphtali, am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Und dann heißt es, Jesus Christus spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das zeigt, dass dieses Angebot, was Jesus Christus den Menschen gemacht hat, dass sie das messianische Friedensreich bekommen, oder dass es dann kommt für sie, das ist ein Segen und eine große Entscheidungsverantwortung zugleich. Wenn sie das Angebot ablehnen, dann hat das ganz dramatische Konsequenzen, wie wir 70 nach Christus dann gesehen haben. Wenn sie es aber annehmen, dann ist es ein riesiger Segen. Keiner Generation vorher ist das messianische Friedensreich angeboten worden. Sie waren die Generation, die es hätten annehmen können. Es war eine riesige Chance für sie. Hierfür mussten sie zwei Bedingungen erfüllen, damit das Reich kommen kann. Erstens, sie mussten Buße tun, das heißt, von ihren bösen Wegen umkehren, wie das in der gesamten Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament geschrieben steht. Und zweitens, sie mussten an Jesus Christus glauben, wie das ebenfalls im Alten und im Neuen Testament geschrieben steht. Wäre dies landesweit geschehen, hätte das Volk Israel national, also jeder Einzelne, Buße getan und an Jesus Christus geglaubt, dann wäre das messianische Friedensreich im ersten Jahrhundert gekommen. Wir wissen, was geschehen ist. Das Volk Israel tat mehrheitlich nicht Buße. Deswegen wurde Jerusalem zerstört, der Staat Israel aufgelöst, die Juden in die weltweite Zerstreuung geschickt und das kommende messianische Friedensreich verschoben. Es ist auf über 2000 Jahre inzwischen. Und es wird kommen, wenn das Volk Israel am Ende der siebenjährigen Trübsalszeit bis auf den letzten Mann diese beiden Dinge erfüllen wird. Dann werden sie den Namen des Herrn anrufen und gerettet werden. Und dann wird Jesus Christus kommen und wird sein messianisches Friedensreich aufrichten. Das ist also noch in der Zukunft. Das Thema hier ist also das Kommen des Reiches Gottes, nicht die geistliche Wiedergeburt des Einzelnen. Damit kommen wir zu Lukas 13, Vers 3 und Vers 5. Da sagt Jesus, Der Kontext ist hier der körperliche Tod. In Vers 1 wird von Galiläern berichtet, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischte. In Vers 4 geht es dann um die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug. Und die Frage war hier, ja sind die jetzt besonders schlimme Sünder? Und Jesus sagt dann, Nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Stelle ist das auch so. Werdet ihr alle auch so umkommen. Das heißt, ihr werdet ebenfalls körperlich umkommen. Ihr werdet sterben. Das hat sich dann erfüllt im Jahr 70 nach Christus. Das Volk Israel tat mehrheitlich nicht Buße. Eine Million Juden starben bei der Zerstörung Jerusalems und es folgte die weltweiteste Streuung. Sie sind also genau so dann später auch umgekommen. Wie wir gerade schon gesehen haben, Jonah gab Nineveh 40 Tage Zeit, um Buße zu tun und verschont zu werden. Jesus Christus gab dem Volk Israel 40 Jahre Zeit, um Buße zu tun und um vor dem Untergang verschont zu werden. Und anders als die Bewohner von Nineveh tat das Volk Israel nicht Buße und ging dann unter. Damit kommen wir zur nächsten Stelle, zu Lukas Kapitel 16. Dort geht es um den reichen Mann und Lazarus. Ich lese mal ab Vers 27. Und dort heißt es, Da sprach er, der reiche Mann, So bitte ich dich, Vater Abraham, dass du ihn, also Lazarus, in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warnt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht zu ihm, Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Das geschieht im Hades, Hebräisch Sheol, Deutsch Totenreich. Es handelt sich hier nicht um den Himmel oder die Hölle. Es handelt sich hier ebenfalls vermutlich nicht um ein Gleichnis, weil in einem Gleichnis nie Namen vorkommen. Und hier kommen zwei vor, nämlich Lazarus und Abraham. Möglicherweise ist das sogar ein reales Ereignis, was so stattgefunden hat, was Jesus Christus hier schildert. Und was in dem Bericht deutlich wird, ist, dass dieser Hades Sheol, das Totenreich, aus zwei Teilen besteht. Die Gläubigen, die bei Abraham sind und die Ungläubigen aus dem Ungläubigen Teil, die im Ort der Qual sind. Zwischen diesen beiden Teilen gibt es eine trennende Kluft, die nicht überwindbar war. Aber die konnte auch nicht zu groß sein, denn die konnten einander sehen und miteinander sprechen. Und was hier geschieht, ist, dass der reiche Mann mit Abraham debattiert in Vers 31 und Abraham ihn korrigiert. Der reiche Mann sagt, wenn ein Wunder geschieht, dann kommen die Menschen zur Besinnung und tun Buße. Und Abraham sagt, nein. Entscheidend ist der Glaube an das Wort Gottes beziehungsweise an die Verheißung im Wort Gottes. Der Gegensatz, den wir hier sehen, ist, die Buße, repräsentiert durch den reichen Mann, gegenüber dem Glauben. Es wird deutlich durch die Wörter hören und überzeugen. Denn es heißt, auf Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören, in Vers 29, beziehungsweise sich von ihnen überzeugen lassen, in Vers 31. Das sind also Synonyme für den Glauben. Abraham spricht über Jesus Christus. Der reiche Mann symbolisiert die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer. Das wird auch deutlich in Johannes 5, Vers 46 und 47. Das sagt Jesus Christus. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Auf Mose zu hören, heißt an Jesus Christus zu glauben. Fazit, Buße ist nicht der Weg, um in den Himmel beziehungsweise nicht in den Ort der Qual zu kommen, sondern der Glaube an Jesus Christus. Damit kommen wir zur nächsten Stelle, zu Lukas 24, Vers 47. Das ist der Missionsbefehl im Lukas-Evangelium. Dort steht, In seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Das ist, wie gesagt, der Missionsbefehl im Lukas-Evangelium. Und hier fällt sofort auf, dass der Glaube an Jesus nicht erwähnt wird. Ein Missionsbefehl ist nämlich nicht notwendigerweise evangelistisch. Das wird deutlich im Missionsbefehl in Matthäus 28, Abvers 18. Dort sagt Jesus Christus, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und hier wird deutlich, dass es um die Nachfolge geht, denn Macht zu Jüngern ist nicht dasselbe wie Macht zu Christen. Macht zu Christen bedeutet, Menschen, die noch nicht glauben, die kommen dann zum Glauben an Jesus Christus und Macht zu Jüngern bedeutet, Menschen, die bereits zum Glauben gekommen sind, denen helfen wir dann in der Nachfolge oder denen helfen die Apostel dann in der Nachfolge. Und genau dasselbe ist hier auch der Fall. Hier geht es um die Nachfolge, nicht darum, dass jemand zum Glauben kommt. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Stelle ist, dass die Buße hier verbunden ist mit der Vergebung der Sünden, nicht mit dem ewigen Leben. Und die Vergebung der Sünden ist nicht dasselbe wie das ewige Leben. Dieser Satz ist für die meisten vermutlich ganz neu, deswegen wiederhole ich den nochmal. Die Vergebung der Sünden ist nicht dasselbe wie das ewige Leben. Das wird deutlich zum Beispiel bei der Fußwaschung in Johannes Kapitel 13. Dort ist es ja so, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und er kommt dann zu Petrus und Petrus sagt, ja, das kann ja gar nicht sein. Du wäschst mir die Füße, das müsste doch eigentlich andersrum sein. Ich müsste doch dir die Füße waschen. Und Jesus antwortet ihm dann, lass das jetzt so sein, denn wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann kannst du keine Gemeinschaft mit mir haben. Daraufhin antwortet Petrus, ja, wenn das so ist, dann nicht nur die Füße, sondern gleich alles. Und daraufhin wiederum antwortet Jesus Petrus und spricht zu ihm, wer gebadet ist, der hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Also Judas Iskariot war nicht rein. Das ewige Leben haben wir ab dem Moment des Glaubens unverlierbar bis in alle Ewigkeit. Das wird in der Bibel, im Neuen Testament ganz deutlich. Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, nochmal gewaschen zu werden. Einmal gebadet, immer gebadet. Die Vergebung der Sünden, die bekommen wir ebenfalls in dem Moment des Glaubens. Diese können wir jedoch wieder verlieren und sie muss dann erneuert werden. Das entspricht dem Füße waschen. Denn obwohl Petrus bereits gebadet war und nicht nochmal gewaschen werden musste, seine Füße mussten ihm immer wieder neu gewaschen werden. Das wird auch deutlich in 1. Johannes 1, Vers 9. Dort spricht der gläubige Johannes zu den gläubigen Empfängern des 1. Johannesbriefs und sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9 ist an gläubige Menschen geschrieben und Johannes selbst, der offensichtlich gläubig war, bezieht sich mit ein in die Aussage. Er sagt, unsere Sünden vergibt. Und das zeigt, das ewige Leben, das haben wir für immer. Einmal gebadet ist immer gebadet, einmal errettet ist immer errettet. Die Vergebung der Sünden, diese brauchen wir jedoch immer wieder neu, auch als Gläubige. Die Vergebung der Sünden brauchen wir immer wieder neu, wenn es nötig ist, unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Im Neuen Testament gibt es viele Verse, die die Buße mit der Vergebung der Sünden verbinden. Zum Beispiel Lukas 17, Vers 3 und 4 Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigte und siebenmal am Tag wieder zu dir käme es und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Hier geht es um die Vergebung unter Brüdern. Es geht um eine zwischenmenschliche Vergebung, die, wie wir gerade gelesen haben, mehrmals erneuert wird. Die Vergebung der Sünden ist etwas, was wir immer wieder brauchen. Und nicht nur die Vergebung untereinander, sondern auch die Vergebung von Gott. Apostelgeschichte 5, Vers 31 heißt es, Diesen hat Gott, also hier geht es um Jesus Christus, zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Das ist ein erneutes Angebot des messianischen Friedensreiches an das Volk Israel. Das Volk Israel lehnte dieses Angebot jedoch ab und deswegen, wie wir wissen, kam die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus. Genau, wie wir das gelesen hatten in Lukas 13 in den Versen 3 und 5. Apostelgeschichte 2, Vers 38 schauen wir uns gleich noch etwas näher an. Deswegen sage ich hier nur, es geht um die Vergebung für die Ermordung des Messias und die würden sie bekommen, wenn sie sich taufen lassen. Markus 1 und Markus 1, Vers 4 und Lukas 3, Vers 3 Dort heißt es, so begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und das ist eine besonders interessante Stelle, denn dies tat Johannes, bevor Jesus Christus überhaupt öffentlich auftrat. Das heißt, die Menschen bekamen die Vergebung der Sünden, bevor Jesus Christus überhaupt öffentlich auftrat. Und wir bekommen das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus. Sie konnten ja gar nicht an ihn glauben. Und das zeigt, dass die Vergebung der Sünden nicht dasselbe sein kann, wie an Jesus Christus zu glauben. Hier ist es ein Aufruf von Johannes, der irdischen Strafe Gottes zu entgehen. Genau, wie wir das schon gesehen hatten vorhin in Matthäus 3, Vers 10 steht hier in Lukas 3, Vers 9. Es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes sagt hier also, dass das Volk Israel gerichtsreif ist. Und wenn es keine Buße tut, dann wird das Land zerstört werden. Genau, wie das im Jahr 70 nach Christus geschah. Des Weiteren war es natürlich auch eine Vorbereitung auf die kommende Verkündigung von Jesus Christus, dem Messias. Wenn wir diese Bußbotschaft von Johannes vergleichen mit der rettenden Botschaft, dann sehen wir, dass das zwei vollkommen verschiedene Botschaften sind. Die rettende Botschaft von Johannes lesen wir in Johannes Kapitel 3, Vers 36 von Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer sagt in Johannes 3, Vers 36, Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Gleiches sagt er in Johannes 1, Vers 7, Dieser, also Johannes der Täufer, kam zum Zeugnis, um vom Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Und dann Apostelgeschichte 19, Vers 4, da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volke sagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt, an Jesus Christus. Und dann Apostelgeschichte 22, Vers 18, hier geht es um Simon dem Magier, der ebenfalls Buße tun muss. Und Simon der Magier war gläubig. Das wird deutlich in Apostelgeschichte 8, Vers 13, dort heißt es, Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getaucht war, beständig zu Philippus. Also der gläubige Simon, der war definitiv wiedergeboren, aber auch er brauchte Vergebung. Und Petrus spricht dann zu ihm, so tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Und hier geht es darum, dass der gläubige, wiedergeborene Simon der Magier Vergebung braucht, weil er für Geld die Gaben des Heiligen Geistes erkaufen wollte, damit er nicht stirbt wie Ananias und Saphira. Ups. Gut. Damit kommen wir weiter zu Apostelgeschichte 2, Vers 38. Ich lese ab Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, also Jesus Christus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und dann, Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vers 38 wird häufig herangezogen, um scheinbar zu begründen, dass die Tauf-Wiedergeburtslehre wahr sei, also dass ein Mensch wiedergeboren wird, wenn er mit Wasser getauft wird. 1. Johannes 5, Vers 1 und Johannes 20, Vers 31, den wir vorhin schon gelesen haben, macht aber deutlich, dass wir allein aus Glauben wiedergeboren werden. Dort steht in 1. Johannes 5, Vers 1, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ich lese nochmal Johannes 20, Vers 31, diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Stelle ist, dass die Zuhörer die Strafe für die Kreuzigung des Messias fürchten. Sie glaubten bereits vor ihrer Frage in Vers 36, dass Jesus der Messias ist und sie waren bereits gläubig, also wiedergeboren, bevor Petrus ihre Frage in Vers 38 beantwortete. Denn in Vers 36 heißt es ja, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Und das glaubten sie. Und im Neuen Testament zu glauben, dass Jesus der Christus ist, also genau das, was hier geschrieben steht, dass Gott Jesus zum Herrn und zum Christus gemacht hat, ist gleichbedeutend damit zu glauben, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben bekommen. Ich lese nochmal 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und das glaubten die Zuhörer von Petrus schon in Vers 36, das heißt, sie waren bereits wiedergeboren, als sie ihre Frage stellten. Es gibt in der Apostelgeschichte mehrere Beispiele dafür, dass Menschen durch den Glauben an Jesus Christus bereits wiedergeboren waren, aber den Heiligen Geist und die Vergebung der Sünden erst später bekamen. Das prominenteste Beispiel ist Paulus selbst. Paulus selbst wurde gläubig, also wiedergeboren, auf der Straße nach Damaskus. Das ist nachzulesen in Apostelgeschichte 9 in den Versen 17 und 18. Die Vergebung der Sünden bekam er aber erst drei Tage später bei der Taufe in Damaskus. Das wird deutlich in Apostelgeschichte 22 Vers 16. Dort heißt es, dort sagt Hananias zu ihm Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Ein weiteres Beispiel sind die Apostel selbst, denn die waren bereits vor der Kreuzigung wiedergeboren. In Matthäus 16 Vers 16 sagt Petrus Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus war bereits im alten Bund, als Jesus noch lebte, wiedergeboren. Aber die Apostel, alle elf außer Judas, erhielten den Heiligen Geist erst zu Pfingsten. Philippus führte viele Samariter zum Glauben. Diese bekamen den Heiligen Geist jedoch erst, als Petrus und Johannes ihnen die Hände auflegten. Das ist nachzulesen in Apostelgeschichte 8 in den Versen 12 bis 17. Erst ab Apostelgeschichte 10 bei der Errettung von Cornelius als Cornelius zum Glauben kam. Seitdem ist es so, dass das ewige Leben und die Vergebung der Sünden gleichzeitig gewährt werden. Heute, wenn wir zum Glauben kommen oder in unserer Zeit, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann bekommen sie beides zeitgleich. Und hier ist zu beachten, dass die Apostelgeschichte eine Zeit des Übergangs beschreibt. Eine etwas andere oder eine dramatisch andere Reaktion als in Vers 37 lesen wir beim Hohen Rat, zu dem Stephanus spricht, in Apostelgeschichte 7, Vers 54. Dort steht, als sie aber das hörten, dass sie Jesus Christus gekreuzigt hatten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn, also über Stephanus. Und dann Vers 58 Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Also hier reagieren die Hörer leider ganz, ganz anders als in Kapitel 2. Das heißt, in Vers 38 ist nicht die ewige Errettung im Blick. Wenn in der Apostelgeschichte von der ewigen Errettung gesprochen wird, dann wird gesagt, genau wie Paulus in Apostelgeschichte 16, Vers 31 zum Gefängniswärter in Philippi sagte, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. Hier in Vers 38 geht es um die Vergebung für die Kreuzigung. Fazit, Vers 38 ist nicht evangelistisch, sondern ein Aufruf zur Nachfolge. Damit kommen wir zur nächsten Stelle, Apostelgeschichte 17, Vers 30. Es ist Paulus Rede zu den Philosophen auf dem Areopark. Dort sagt er unter anderem in Vers 30, Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweg gesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist ein Ausschnitt aus Paulus Rede zu den griechischen Philosophen auf dem Areopark. Hier fällt auf, dass die Kennzeichen von Paulus Evangelisation nicht erwähnt werden. Weder der Glaube noch der stellvertretende Tod am Kreuz noch die Rechtfertigung noch das ewige Leben noch namentlich Jesus werden erwähnt. Und dann stellt sich die Frage, warum werden diese nicht erwähnt? Die Begründung ist, dass Paulus hier Aufmerksamkeit erregte. Und das funktionierte sehr gut, denn einige interessierten sich, folgten Paulus und wurden dann gläubig. Das steht in Vers 34. Dort heißt es, einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areoparks war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Diese Menschen wurden nicht gläubig in Vers 30 und 31, sondern erst später. Denn Vers 30 und 31 ist nicht die rettende Botschaft. Die hat Paulus ihnen erst später mitgeteilt und sie wurden dann später gläubig. Und das heißt es, sie wurden gläubig, nicht sie taten Buße. Was ganz wichtig ist, deswegen habe ich das gelb markiert, Paulus beziehungsweise der Heilige Geist lehrte niemals an keiner einzigen Stelle das ewige Leben durch Buße. Niemals. Die Buße in Vers 30 bezieht sich auf die Aufforderung zur Abkehr vom heidnischen polytheistischen, das heißt Vielgötterei, Götzendienst und zur Aufforderung auf die Suche nach einer lebendigen Beziehung zum wahren Gott. Und wenn Menschen das tun, dann begünstigt es, dass sie zum Glauben kommen. Das wird beschrieben, zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, Vers 15, dort sind Barnabas und Paulus in Lystra und dort kommt es dazu, kurioserweise, dass die Bewohner von Lystra glauben, dass sie Götter seien, nämlich Zeus und Hermes und dann wollen sie anfangen, sie anzubeten und sie sagen daraufhin, Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren soll zum lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Und das ist genau dasselbe, was Paulus vorher auch auf dem Areopark, den Athenern, sagte, dass Gott alles gemacht hat, dass von allen Menschen alles ausging, dass er die Grenzen festgesetzt hat, und so weiter. Das ist hier gemeint. des Weiteren, was auffällig ist, in Vers 31 sagt er nicht, er gebietet allen Menschen Buße zu tun, damit sie nicht in den ewigen Feuersee kommen. Das sagt er nicht, sondern er gebietet allen Menschen Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem Jesus Christus sichtbar wiederkommen wird und den Erdkreis richten wird. Und das zeigt, dass die Buße nicht verhindert, dass ich in den ewigen Feuersee komme, sondern dass ich unter Gottes Gericht komme, wenn Jesus Christus wiederkommt. Der Grund für die Buße ist, dir also nicht, dem ewigen Feuersee zu entfliehen, sondern wegen der sichtbaren Wiederkunft von Jesus Christus. Damit kommen wir nun zu Römer 2 Vers 4. Hier geht es um die Bewahrung eines Selbstgerechten vor irdischer Strafe durch Buße. Es geht nicht um die Rechtfertigung. Und dort heißt es oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbewusstfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das ist die einzige Erwähnung der Buße im Römerbrief. Hier geht es um die Bewahrung eines Selbstgerechten vor irdischer Strafe. Die Buße fehlt komplett in Römer 3 Vers 21 bis 24 wo es um die Rechtfertigung ausglauben geht. Genau wie in Apostelgeschichte 7 soll dieser selbstgerechte Mensch nicht wegen des ewigen Feuersees Buße tun, sondern wegen des Tags des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und der Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, das ist die sichtbare Wiederkunft von Jesus Christus am Ende der Trübsalzzeit. Und das wird deutlich, wenn wir Römer 2 vergleichen mit 2. Thessalonicher 1 die Verse 5 bis 9. Da werden wir feststellen, dass ein und dasselbe Ereignis beschrieben ist. Ich lese 2. Thessalonicher 1 ab Vers 5. Sie, also hier geht es um Verfolgung, die Verfolgung sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Wie es denn auch gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. So, und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem, was in Römer 2, Abvers 5 geschrieben steht, dann fällt einiges auf. Das sagt er, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines undusfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung, genau wie das in 2. Thessalonicher 1, Vers 7 geschrieben steht, das gerechten Gericht des Gottes, genau wie das in 2. Thessalonicher 1, Vers 5 geschrieben steht, der jedem vergelten wird, genau wie das in 2. Thessalonicher 1, Vers 8 geschrieben steht, nach seinen Werken. Denen, die selbstsichtig und der Wahrheit ungehorsam, genau wie in Vers 8, denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind, sind dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst und das Wort Drangsal ist im griechischen Klipsis, das ist dasselbe Wort, was in 2. Thessalonicher 1, Vers 6 verwendet wird für Bedrängnis. Ein und dasselbe Wort und auch das Verb Bedrängen hat dieselbe Wurzel. Im Griechischen ist es also dasselbe Wort. Also Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Die Buße errettet also nicht vor dem ewigen Feuersee, sie ist keine Voraussetzung um ewiges Leben zu bekommen, sondern sie errettet vor dem irdischen Gericht, vor dem weltweiten Gericht, bei der sichtbaren Wiederkunft von Jesus Christus in flammendem Feuer. Gut, damit kommen wir zur nächsten Stelle, 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für einen hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das Thema in 2. Petrus 3, in den Versen 1 bis 8, das heißt in den Versen davor, ist die Verheißung seiner Wiederkunft. Das wird deutlich in Vers 4 und Vers 9. Genau wie wir das gerade gelesen hatten in Apostelgeschichte 17 Vers 30, in Römer 2 Vers 4 bis 9, sowie auch in 2. Thessalonicher 1 Vers 5 bis 9. Petrus wusste um die Entrückung und er wusste um die siebenjährige Trübsalz sein. Denn Petrus war Zeuge, war gegenwärtig als Jesus die Ölbergrede hielt in Matthäus 24 und dort sagte Denn dann wird eine große Drangsal sein, die von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der auserwählten Willen sollen jene Tage verkürzt werden. Buße schiebt die Trübsalzzeit und Jesu Wiederkunft auf, jedoch nicht die ewige Strafe. Solange die Menschen Buße tun, wird die Trübsalzzeit nicht kommen. Der Kontext dieser Stelle hier in Vers 9 ist die Zerstörung der Welt in der Vergangenheit durch Wasser und in der Zukunft am Tag des Herrn durch Feuer. Was hier nämlich auffällt, ist, dass das griechische Wort für verloren gehen, das heißt Apollymie und dieses Wort kommt im zweiten Petrusbrief nur genau zweimal vor. Einmal in Vers 9 und einmal in Vers 6 und in Vers 6 geht es ebenfalls um die Zerstörung der Welt bei der Sintflut und dort heißt es und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging und das Verb zugrunde ging ist im Griechischen dasselbe Verb wie verloren gehen es heißt Apollymie es heißt es geht in beiden Fällen nicht um den ewigen Feuersee sondern es geht um die Zerstörung der Welt wie gesagt in der Vergangenheit durch Wasser dann wie die Verse 10 bis 13 deutlich machen durch Feuer am Tag des Herrn es geht hier nicht um die ewige Verdammnis Wir haben bereits das Beispiel gesehen mit Ninive in Jonah 3 dass die gesamte Stadt Buße tat und verschont wurde sie hatten Raum zur Buße und ging nicht verloren oder Hesekiel Kapitel 18 Ungerechtigkeit führt zum vorzeitigen Tod Buße verschafft Abhilfe das Fazit dieser Stelle ist Gott will nicht dass Menschen vorzeitig sterben sondern Buße tun und ein langes gesegnetes Leben führen Ein Nebeneffekt ist dass wenn die Menschen Buße tun die Prübsalszeit zeitlich verzögert wird das heißt mehr Menschen können geboren werden und können ewiges Leben bekommen Buße ist also in vielerlei Hinsicht ein Segen für uns Menschen Damit kommen wir zur nächsten Stelle in Lukas 15 die Verse 7 und 10 Freude im Himmel über Buße Vers 7 Ich sage euch so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder der Buße tut mehr als über 99 Gerechte die keine Buße brauchen Vers 10 Ich sage euch so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder der Buße tut Das ist nicht Freude über Menschen die zum Glauben kommen und gerettet werden sondern Freude über bereits gläubige Menschen die vom richtigen Weg abgekommen sind und umkehren denn das verlorene Schaf der verlorene Sohn die verlorene Münze waren nicht Fremde sondern sie gehörten bereits vorher zum Hürden zum Vater zur Frau Das verlorene Schaf war nicht ein fremdes Schaf was irgendwie von außen zur Herde dazukam Nein Es war ein Schaf was von Anfang an zur Herde gehörte und dann als es zur Herde gehörte wegging sie verlor und dann wieder gefunden wurde der verlorene Sohn der war von Anfang an der Sohn der war bereits ein Sohn als er sich sein Erbe auszahlen ließ er wurde nicht zum Sohn dadurch dass er umgekehrt ist und auch die verlorene Münze war nicht die Münze einer fremden Person sondern es war die Münze der Frau selbst und das zeigt dass es hier nicht um die Errettung von Menschen geht sondern es geht Der Schlüssel zum Verständnis für diese Stelle ist das Salz das Pfade geworden ist das sind eben genau diese untreuen Gläubigen also wiedergeborene Menschen und Jesus Christus spricht darüber in Lukas 14 in den Versen 34 und 35 also am Ende von Kapitel 14 er sagt das Salz ist gut wenn aber das Salz Pfade wird womit soll es gewürzt werden es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich man wirft es hinaus wer Ohren hat zu hören der höre hier geht es also um Gläubige deren Beziehung zu Gott durch Buße wiederhergestellt wurde und das zeigt Buße ist nicht notwendig um ewiges Leben zu bekommen ganz eng damit verwandt ein konkretes Beispiel genau hierfür lesen wir in 2. Korinther 7 in den Versen 9 und 10 die Buße Ich lese ab Vers 9 Nun freue ich mich nicht darüber dass ihr betrübt wurdet sondern darüber dass ihr zur Buße betrübt worden seid denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil die man nicht bereuen muss die Buße der Welt aber bewirkt den Tod hier lesen wir von der Buße zum Heil und hier geht es um die Buße bereits wiedergeborener Menschen genau wie in Lukas Kapitel 15 das Schaf der Sohn die Münze die repräsentieren wiedergeborene Menschen deren Beziehung zu Gott wiederhergestellt wurde hier geht es nicht um die ewige Errettung denn die Korinther waren bereits wiedergeboren vorher bevor sie Buße getan hatten die Buße kommt bei Paulus der 13 der 27 Bücher des Neuen Testaments geschrieben hat nur fünfmal vor das ist erstaunlich wenig und drei von den fünfmalen im zweiten Korinther Brief zwei von den dreimal lesen wir hier einmal in Vers 9 hier oben lesen wir die Buße und dann in Vers 10 eine Buße zum Heil es kommt auch noch mal vor in 2. Korinther 12 Vers 21 und auch dort handelt es sich um einen Aufruf an Gläubige zur Abwendung von Sünde zum vierten Mal kommt es vor in Römer 2 Vers 4 das hatten wir gerade gelesen die Bewahrung des selbstgerechten Menschen und dann kommt es noch mal vor in 2. Timotheus 2 Vers 25 da geht es um Menschen die in die Fallstrecke des Satans geraten sind das sind Gläubige die wieder zur Vernunft kommen soll und das war's mehr kommt Buse nicht vor bei Paulus und das zeigt dass Buse nicht entscheidend ist um ewiges Leben zu bekommen der Kontext dieser Stelle ist ein verlorener Brief der zweite Korinther Brief ist genau genommen der vierte also es gab vier Korinther Briefe aber nur zwei von den vier sind im Kanon des Neuen Testaments aufgenommen und und das ist der vierte und der dritte Brief der verloren gegangen ist betrübte die Korinther beim Lesen und Paulus beim Schreiben es ging um mangelnde Gemeindezucht bezüglich eines unmoralischen Bruders wo die Korinther da sehr lax waren sie taten aber Buße übten Gemeindezucht aus und dann tat auch der Bruder Buße und die Gemeinschaft wurde wiederhergestellt die weltliche Betrübnis bedeutet ein körperlichen Tod das heißt hier die Betrübnis der Welt und die gottgewollte Betrübnis bedeutet Lebensfülle dass wenn Menschen ihr Leben wieder in Ordnung bringen dann ist Lebensfülle die Folge das Fazit Paulus freut sich dass die Korinther Buße taten und wieder auf den Weg des Segens zurückgebracht wurden damit kommen wir zur nächsten Stelle Apostelgeschichte 20 und Apostelgeschichte 26 ich lese zuerst Apostelgeschichte 20 Vers 21 das ist ein Auszug aus Paulus Rede an die Ältesten von Ephesus die er nach Milet hatte rufen lassen und er fasste unter den Ältesten in Ephesus seinen Dienst zusammen unter ihnen in Ephesus und da sagt er indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe und dann in Postgeschichte 26 da redet er zu König Agrippa und beschreibt wie er zum Glauben kam und beschreibt dann wie Jesus Christus ihn aussandte sagt er in Vers 18 und da sagt Jesus zu ihm ich sende dich aus um ihnen die Augen zu öffnen damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen die durch den Glauben an mich geheiligt sind und dann berichtet er wie er das auch tat er sagte ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren indem sie Werke tun die der Buße würdig sind Apostelgeschichte 20 und 26 hier handelt es sich nicht um Paulus evangelistische Botschaft sondern um die Zusammenfassung seiner gesamten Verkündigung und die ging über die reine Evangelisation hinaus zum Beispiel nachdem viele Menschen in Ephesus zum Glauben gekommen sind lehrte er noch zwei Jahre lang Nachfolge in der Schule des Tyrannus er evangelisierte dort nicht zwei Jahre lang in Ephesus das machte er nur am Anfang und nachdem er evangelisiert hatte ging es dann in die Nachfolge und das Ergebnis war dass die Menschen Buße taten und wirklich Werke taten die der Buße würdig sind und ihre Bücher verbrannten das ist außergewöhnlich denn die hatten insgesamt einen Wert von 50.000 Silberlingen das ist unermesslich viel Geld sie wurden dadurch nicht errettet sie bekamen dadurch nicht ewiges Leben aber sie richteten ihre Leben dadurch nach dem Willen Gottes aus und bekamen deswegen einen großen Segen sie taten also Buße nachdem sie gläubig geworden sind und Tatenwerke die der Buße würdig sind der Kontext für die Buße in Vers 20 wenn es heißt sie sollen Buße tun und Werke tun die der Buße würdig sind ist der Glaube in Vers 18 Paulus widerspricht sich nicht selbst das Wort Gottes widerspricht sich nicht selbst der Heilige Geist widerspricht sich nicht selbst Paulus wie wir gesehen hatten in Athen er verkündigte mitunter Buße um Aufmerksamkeit zu erregen wie in Apostelgeschichte 17 Vers 30 aber zuerst kommt der Glaube und danach die Buße also das Abwenden vom polytheistischen Vielgötterei heißt das heidnischen Götzendienst das sehen wir bei Ephesus sehr gut so damit haben wir es gleich geschafft nun kommen wir zu Apostelgeschichte 11 Vers 18 die Buße zum Leben als sie aber das hörten beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben und sie in Vers 18 denn es heißt hier oben als sie aber das hörten das ist ein Bezug auf Vers 2 von Apostelgeschichte 11 und das sind welche aus der Beschneidung und die machten Petrus Vorwürfe und sprachen zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen das waren wahrscheinlich Gläubige die meinten dass die Beschneidung notwendig sei um Tischgemeinschaft mit nichtgläubigen Juden zu haben denn in Apostelgeschichte 15 Vers 1 wird ebenfalls von Menschen aus der Beschneidung gesprochen also von Juden die lehrten dass man beschnitten sein muss nach dem Gesetz Mose und sonst nicht errettet werden können und das ist also eine andere Behauptung die behaupteten ohne Beschneidung gibt es keine Errettung die hier in Vers 2 von Kapitel 11 die sagen ohne Beschneidung ist keine Tischgemeinschaft nötig ermöglicht zwischen Juden und Nichtjuden das heißt hier geht es vermutlich um gläubige Menschen und Petrus berichtet diesen Menschen dann wie Cornelius und sein ganzes Haus allein aus Glauben errettet wurden und daraufhin priesen sie dann Gott und sprachen so hat Gott auch den Heidenbuße zum Leben gegeben sie freuen sich und sie widersprechen nicht auffällig ist hier auch wenn wir diese Stelle lesen hier wird gesprochen von der Buße zum Leben nicht zum ewigen Leben das ist ein Unterschied und des Weiteren wird auch die Buße in Apostelgeschichte 10 Vers 1 bis 11 Vers 17 also vor diesem Vers sowie im Jerusalemer Konzil nicht erwähnt es gibt jetzt also drei Möglichkeiten was dieser Satz bedeuten kann erstens es kann bedeuten dass Buße eine zwingende Voraussetzung für das ewige Leben ist jedoch weder Petrus noch Lukas korrigieren diesen Irrtum es gibt keine Andeutung eines Irrtums seitens der Sprechen zweitens Buße bewirkt Offenheit um zum Glauben zu kommen vorher wird ja in Apostelgeschichte 10 berichtet wie Cornelius sehr gottesfürchtig war viele Gebete zu Gott brachte und auch viele Almosen gab das steht in Vers 4 31 und 35 Kapitel 10 und das könnte hier mit Buße gemeint sein allerdings das ist eine Möglichkeit aber es ist nicht so ganz wahrscheinlich es ist aber möglich weil eben das Wort Buße nicht erwähnt wird es steht nicht da dass Cornelius Buße tat drittens die dritte Möglichkeit ist dass es hier um Lebensfülle als Folge geht wenn die Menschen Buße tun und ihr Leben nach dem Willen Gottes ausrichten dass einfach Segen kommt wenn die Menschen sich abwenden von ihrem alten Leben und sich nach dem Willen Gottes ausrichten das ist nicht notwendig um ewiges Leben zu bekommen das bekommen wir allein aus Glauben aber das ist sozusagen notwendig für die Nachfolge und wenn wir das tun freut Gott sich und segnet uns des Weiteren kann es auch bedeuten eng damit verbunden dass die gläubigen Nichtjuden Heine Himmelsbürger zweiter Klasse sind in Vers 2 und Vers 3 hatten diejenigen Petrus ja Vorwürfe gemacht weil er mit ihnen zusammen aß und Petrus sagt nee die haben den Heiligen Geist genauso bekommen wie wir die sind vollwertige Himmelsbürger keine Bürger zweiter Klasse die Nichtjuden die haben dieselbe Stellung genau wie die gläubigen Juden genau das ist vermutlich die Bedeutung dieser Stelle Fazit Petrus predigte das ewige Leben allein aus Glauben und korrigierte die Aussagen nicht Schlussfolgerung entweder Option 2 oder Option 3 sind korrekt hier ist nochmal das Jerusalemer Konzil nachzulesen das ist jetzt recht viel ich werde das jetzt nicht vorlesen das kann jeder für sich nachlesen Apostelgeschichte 15 die Verse 5 bis 9 ich möchte hier bloß darauf hinweisen dass Buße hier nicht erwähnt wird der Glaube aber dreimal erwähnt wird hier sehen in Vers 5 gläubig geworden Vers 7 zum Glauben kommen und Vers 9 Glauben der Kontext des Jerusalemer Konzils war dass es einige gab die sagten der Glaube allein reicht nicht aus genau wie es heute viele gibt die sagen der Glaube allein reicht nicht aus ich muss Buße tun und damals sagten die Leute ja der Glaube allein reicht nicht aus du musst dich noch beschneiden lassen und das war der Grund warum der Jerusalemer Konzil einberufen wurde und Petrus redet dann und er redet zu keiner Zeit von Buße sondern allein vom Glauben und das beweist dass die Abkehr von Sünde also Buße nicht notwendig ist um ewiges Leben zu bekommen sie ist notwendig um in der Nachfolge zu leben um im Glauben zu wachsen damit Gott sich freut damit wir Lohn im Himmel bekommen aber sie ist nicht notwendig um ewiges Leben zu bekommen denn das ewige Leben ist ein Geschenk was wir ohne eigene Leistung bekommen die einzige Bedingung um ewiges Leben zu bekommen ist der Glaube an Jesus Christus bestätigt wird das dadurch dass weder im evangelistischen Johannes Evangelium noch im Galaterbrief der die Verteidigung des Evangeliums ist die Buße auch nur ein einziges Mal erwähnt wird die Bibel und hier sind die Stellen aus der Apostelgeschichte aufgelistet macht ganz klar dass hier Menschen allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden ewiglich gerettet werden also ewiges Leben bekommen das macht die Bibel unmissverständlich klar damit kommen wir noch zu einer Übersicht wir haben es danach gleich geschafft Buße in der Apostelgeschichte Kapitel 11 Vers 18 hatten wir uns gerade angeschaut Buße zum Leben wie gesagt entweder Buße die zum Glauben führt oder Buße nach dem Glauben zur Lebensfülle durch das Ausrichten des eigenen Lebens nach dem Willen Gottes Apostelgeschichte 3 Vers 19 dort heißt es so tut nun Buße und bekehrt euch dass eure Sünden ausgetilgt werden damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen hier handelt es sich um ein erneutes Angebot des messianischen Friedensreiches ähnlich wie wir das vorhin gesehen hatten in Apostelgeschichte 5 Vers 31 hätte das Volk Israel Buße getan und an Jesus Christus geglaubt auch nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung dann wäre das messianische Friedensreich im ersten Jahrhundert gekommen Apostelgeschichte 13 24 und 19 4 nachdem Johannes vor seinem Auftreten dem ganzen Volk eine Taufe der Buße verkündigt hatte und dann 19 4 da sprach Paulus Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt dass sie an den glauben sollen der nach ihm kommt das heißt an den Christus Jesus das ist nicht evangelistisch leitet aber manchmal Evangelisation ein wie wir das sehen in 19 Vers 4 Apostelgeschichte 17 Vers 30 haben wir uns bereits angeschaut ein allgemeiner Bußaufruf die Einleitung zur rettenden Botschaft der Grund war nicht die Errettung vor dem ewigen Feuersee sondern vor der sichtbaren Wiederkunft von Jesus Christus einige interessierten sich und wurden später gläubig und nicht die Taten Buße 2021 Paulus Zusammenfassung seines zweijährigen Wirkens in Ephesus er predigte Buße als Einleitung aber er sagte dann oder er predigte den Glauben in der evangelistischen oder in der rettenden Botschaft und in der Nachfolge zum Beispiel Bücherverbrennung und die Lehre in der Schule des Tyrannus da predigte er Buße und Werke in der Apostelgeschichte die Stellen sind hier angegeben aus Zeitgründen werde ich die jetzt nicht alle vorlesen aber hier in der Apostelgeschichte und auch in seinen Briefen wird dargelegt wie Paulus die rettende Botschaft lehrt und es wird ganz deutlich Paulus predigte die Rechtfertigung und die Wiedergeburt durch Glauben allein nicht durch Buße das kann ich nicht oft genug wiederholen und Apostelgeschichte 26 Vers 20 Paulus die Zusammenfassung seines gesamten Wirkens der Kontext ist der Glaube und der führt dann zur Buße gut dann noch zwei Stellen das geht jetzt ganz fix Hebräer 6 Vers 6 es ist unmöglich diejenigen die dann abgefallen sind wieder zur Buße zu erneuern da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen in Hebräer 6 Vers 4 bis 8 geht es um die Buße gläubiger Menschen nachdem sie abgefallen sind die Hebräer waren drauf und dran sich von Jesus Christus abzuwenden und sich zurück zum judaistischen Opfersystem zu wenden also zurückzukehren das heißt zu dem Judentum ohne Jesus genau wie das heute das orthodoxe Judentum ist um der Verfolgung zu entgehen sie waren extrem unter Druck und waren kurz davor diesem Druck nachzugehen und eben Jesus Christus zu verwerfen die Folge wäre eine schwere Strafe Gottes und der unwiederbringliche Verlust ewigen Lohns aber nicht des ewigen Lebens das können wir nicht verlieren aber den ewigen Lohn den können wir verlieren ein weiteres Beispiel dafür lesen wir in Hebräer 12 Vers 17 dort fand Esau ebenfalls keinen Raum zur Buße nachdem das Erstgeburtsrecht unwiederbringlich Jakob gegeben worden war Esau tat Buße hat einiges versucht aber er hat das Erstgeburtsrecht nicht bekommen das war erledigt das war nicht rückgängig zu machen und genau so wäre der Verlust von ewigen Lohn für die Hebräer gewesen und die allerletzte Stelle dann haben wir es wirklich geschafft Jakobus 5 Vers 19 und 20 Brüder wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr so soll er wissen wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken vom Irrweg umkehren in Vers 20 bedeutet Buße tun das ist ein Synonym unter euch Vers 19 bedeutet dass es hier um Gläubige geht denn nur Gläubige können überhaupt von der Wahrheit abirren Fazit hier geht es nicht um die Errettung vor dem ewigen Feuersee sondern vor den tödlichen Folgen der Sünde im Leben gläubiger Menschen wir kennen das auch aus dem persönlichen Leben SOS die Abkürzung steht für Save Our Souls und hier geht es ganz offensichtlich um die irdische nicht um die ewige Errettung die Küstenwache kann niemanden in den Himmel bringen aber sie kann die Leben die irdischen Leben der Menschen in Seenot retten gut wir haben es geschafft wir haben uns jetzt die am meisten verwendeten Bibelstellen im Neuen Testament angeschaut die häufig herangezogen werden um scheinbar zu begründen dass Buße notwendig sei um ewiges Leben zu bekommen ich hoffe meine Ausführungen sind für alle verständlich und nachvollziehbar denn der biblische Befund beweist eindeutig dass Buße ein Werk ist und somit unmöglich eine Voraussetzung für das ewige Leben sein kann Johannes 6 Vers 47 ist eindeutig wer an mich glaubt sagt Jesus Christus hat ewiges Leben und die Frage ist glauben wir dass das Wort Gottes unfehlbar ist glauben wir dass Gott sich nicht dass die Bibel sich nicht widerspricht oder glauben wir das nicht damit kommen wir nun zum offenen Mikrofon und jeder der Kritik Fragen und Zeugnis geben möchte zu diesem Thema der kann das jetzt tun dafür gibt es jetzt den Raum die geniCom geschloss